ah ja doch 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 langsam baut sich das langsam baut sich ein positives gefühle aus bang mitten ins gesicht des schlag zurücktaschen einfach zurücktaschen ganz tolle art auszuweichen genauso natürlich nicht wenn ein dreierschlag mit hadouken hintergemacht so jetzt in die truhe da lebt ja noch einer so gehen wir mal rei um oben links zuerst oh du kaputt blablabla das führt wieder hier hin das ist ein komischer raum zwei selbst anlagen die sich gegenseitig anstarren bis in alle ewigkeit oder bis ein riesen held kommt boom ja einmal einrichtung demolieren nischt au und übergang zur halle kommt später kommt später eins nach dem anderen wir wollen erstmal etage 1 klären wir wollen jetzt nicht wieder zick zack laufen wie beim nächsten barbaren leben letzten barbaren leben da sind wir auch zuerst ebene 1 dann bald dann maria wieder ebene 1 dann und so weiter bis zur hölle springst du mich an sauber lebenspunkte nähern sich auch wieder den 1000 und wir haben ein hündchen schon auf tasche das ist gut es sollte noch mehr werden in fünf erreichen sehr schön mehr lebenspunkte komm gib mir ein random hündchen bitte 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 muss mir weniger sorgen machen aha sehr schön danke spiel dafür werde ich also ja das positive gefühl wird immer stärker dies könnte das leben sein das angehenden das ist ich glaube ich habe ein paar vier 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 Aber ja, der Charakter ist einfach überpowert verglichen mit den anderen. Zumindest mit der Skillung, die ich jetzt so habe. Also Angriffskraft max, Lebenspunkte ziemlich hoch und Crit Chance hoch, Crit Damage hoch und eigentlich alles für die Tank und Mediklassen. Au. Gartbot. So. Du war Typ, stirbst einfach. Danke. Irgendwie habe ich es mit den Rettern heute nicht. Dich lassen wir auch mal da. Also wir haben jetzt schon zwei Hühnchen auf Vorrat. Äh, muss ich hier weiter? Hinten ist eine Kiste. Och nö. Für eine Kiste, wo nur Gold drin ist, ruf mir das nicht an. Sorry. Au. So. Du. Was. Au. Du wirst nicht zurückgeschubst noch. Genau. So. Links noch aufräumen. Hallo. Gut. Sehr beeindrucken, was du da gemacht hast. Ja. Oh. Random Hühnchen. Super lange Schwertbonus. Und überhaupt. Äh. Gart. 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 Ja, jetzt können wir alles aufsammeln, was hier noch umliegt. 460 Lebenspunkte. Das war nicht schön. Jetzt könnten wir echt so 2, 3, 4 random München gebrauchen. Weil die festen würde ich eigentlich ganz gerne aufbewahren. So, hier ist jetzt Maya. Jo. Okay, ja, ich gehe ja schon. Hast mich überzeugt, Spiel. Alright. Du bist wieder so ein doofer Typ, der mich andauernd trifft, weil ich nicht ordentlich ausweichen kann. Deswegen stirbst du jetzt den langsamen Klingendod. Oh, du, ist auch nicht schön. Die habe ich nicht so wirklich im Problem. Das sieht langsam so aus, als wäre ich mit der ersten Etage durch. Äh, nee. Zwei Abzweigungen sind da noch. Und zwar von hier ganz runter. Bäm. Links. Oh, da ist die Kiste. Schwing. Errüstung. Hier nach da. Hier nach da. Oh. Schnell ran, schnell ran, schnell ran. Okay. Das war seitengang Nummer eins noch fehlte. Seitengang Nummer zwei. Hier lang. Hops. Haben wir den gemieden, weil er nervig war? Nö. Äh. Ist doch eigentlich ganz nett. Ich hoffe nochmal, der Typ da unten wirft jetzt nicht irgendwas. Na, raus. Genau. Das ist nicht mehr so schön. Okay, weg, 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 weg. Nein. Ich habe eins der festen Hühnchen gefertigt. Das ist nicht geplant gewesen. Wo sind wir jetzt im Wald? Okay. Erste Etage. Komplett vollendet. Das heißt, wir können jetzt auch ruhig im Wald weitermachen. Wir merken uns, wir haben das Waldhühnchen schon gegessen. Au. So, Kiste. Ruhig alles mitnehmen. So. No. Das war nicht geplant. So. So, nur eins. Mal zwei, drei. Oh, ein. Ein Raum, wo viele Lebensbund überleben werden. So. Langsam lichten sich die rein. Oh, okay. Einfach draufhauen. Wir sind ein Babar. Wir reichen nicht aus. Wir laufen einfach drauf zu und hauen. Gut. Vorbei. Au. So. Ihr müsst jetzt so sterben. Dichter will ich auch noch mitnehmen. Und einer lebt hier noch. Schwing. So. Höllenpferd. Au. Oh. Kommst. Da. Viel zu viel. Klippelzeug hier. So. Ja. Wolf. Gib's mir. Ist okay. 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 Au. So. Komm runter, Magier. Ich mag die Ecke hier langsam echt nicht mehr. Ich verdiene mir viel zu viele Lebenspunkte. So. Und er kommt nicht runter, weil er immer wieder weggeschubst wird von dem Faradou. Nee. So. Au. Ich wollte nicht rein. Komm rein. So. Ein Rennenhündchen. Das ist schon mal sehr gut. Noch ein Rennenhündchen. Okay. Und Hölle. Auch wenn ich hier eigentlich gar nicht hin will. Denn wir wollen jetzt als nächstes den Wald freiräumen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe doch in die Hölle. Ich sehe mich irgendwie ein, zweimal von den Staffeln nah getroffen werden. Das wäre nicht so schön. Also finde ich hier einfach den Teleporter vom Boss. Genau. Und gehe dann zurück in den Wald. So. Nachdem ich mich hier ein bisschen umgeguckt habe. Ja, ne. Ich bin entspannt. Okay. Nicht mehr so entspannt. Versuche mal geschickt vorzugehen. Das ist eine gemeine Kombo. Was alles für eine Kiste. Nö. Nö, 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 nö. Das wird einfach übersprungen. Habe ich dir gar nicht in die Stacheln gedrückt. Hey. Ich wollte mich gerade darüber lustig machen, dass ich jemand in die Stacheln gedrückt habe. Da will ich mir fälligst keinen Schaden nehmen. So. 165 Lebenspunkte fällt mir gerade auf. Ähm. Ich denke. Wir sollten jetzt die ganzen Hütchen essen. Allesamt. Die haben wir angefangen. Also Höllen-Boss-Hütchen haben wir gegessen. Wald-Anfangs-Hütchen haben wir gegessen. Maya-Anfangs-Hütchen. Haben wir gegessen. Höllen-Anfangs-Hütchen. Höllen-Anfangs-Hütchen. Hölle-Anurday nerd-Anfangs-Hütchen. Untertitelung des ZDF, 2020